ja leute was geht mir kam wieder eine idee in den kopf die ich schon vor wochen geäußert habe im stream aber jetzt passt es perfekt weil in der woche von montag dem 19 august sollen die my team infos für nba 25 kommen und die ganze community ist am rätseln ist am fordern kommt das auktionshaus zurück oder kommt es nicht zurück meine meinung ist das auktionshaus muss zurückkommen sonst ist der modus im arsch jetzt ist die frage wie bringst du eine auktionshaus zurück so wie wir das vor zwei jahren hatten ohne dass du diese ganzen cheater im game hast die wir auch über die ganzen letzten jahre hatten und da ist mir wieder was eingefallen was man in einem anderen spiel schon kennt und zwar aus fifa zum beispiel und zwar gibt es bei fifa auch eine auktionshaus wo die spieler haben kannst kaufen kannst du spieler nicht mehr brauchst verkaufen kannst jetzt war es ja so dass im nba 2k my team auktionshaus gold spieler zum beispiel für eine million drauf gestellt werden konnten und irgendein irgendein unternehmen das coins verkauft im internet konnte diesen spieler für eine millionen für hunderttausend was auch immer kaufen in fifa zumindest die letzten fifa die ich noch kannte gab es im auktionshaus für spieler price ranges warum warum kam man da nicht schon im jahr 2023 darauf ich bin mir ziemlich sicher dass diese preis ranges schon in fifa drin waren wo ich noch fifa gespielt habe und das war 17 oder so 17 18 wir sind in nba 2k my team im jahr 2023 gewesen und kamen als milliarden dollar unternehmen nicht auf die idee price ranges auf unsere spieler zu geben ja das wäre zu viel arbeit gewesen weil dann müsste man ja die price ranges immer wieder anpassen und anpassungen und arbeiten generell mögen wir nicht so gerne jo hat man gemerkt als ihr in vorherigen jahren dynamic karten hattet die eigentlich immer hoch und runter gehen sollten als ihr diese und feier karten hattet die auch besser werden sollten wenn spieler in der nba wirklich starke leistung gebracht hat alles karten konzept dies in 23 24 gar nicht mehr gab weil okay kam ähnlich hinterher die kacke zu updaten price ranges werden genau die gleiche katastrophe aber das ist finde ich die einzige lösung wie man ein auktionshaus in dem spiel laufen lassen kann ohne den cheatern das futter zu geben dass sie irgendwelche spieler wieder für irgendwelche mond zum verkaufen und damit anderen ja überlegen sind auf unverraten weise weil sich spielwährung in dem fall mt außerhalb von dem spiel zu besorgen ist nicht legal gewesen und leute haben es trotzdem gemacht weil sie keine wie sie für packs ausgeben wollten die packorts kennt sie du kannst halt dann auch nicht im auktionshaus die kohle verdienen die man in den jahren zuvor verdient hat früher gab es das snipen da waren dann spieler keine ahnung ich sage jetzt einfach mal du hast eine 99 spieler auf markt für 1000 gefunden weil irgendeinen idioten einen fehler gemacht hat kaufsdien für 1000 verkaufsdien für 200.000 easy money gewinn gemacht das würde mit den preis ranges so wie ich sie kenne nicht gehen da würdest du dann dein gewinn innerhalb von sagen wir jetzt mal 20 30 kam machen je nachdem wie der markt an dem tag innerhalb von dem tag gerade ist aber das ist mir lieber im auktionshaus mit sowas wenig bis gar keinen gewinn zu machen als gar keine auktion zu haben schreibt mir dazu eure meinung gerne meine kommentare oder findet ihr dass das auktionshaus gar nicht zurückkommen muss dass der spielermarkt so wie wir ihn kennengelernt haben zum beginn von nba 24 ruhig zurückkommen kann allerdings ohne die änderungen die wir dann im februar zum allstar game hatten mit ja spielermarkt schön und gut aber eigentlich solltet ihr die packs ziehen und da sind die ganzen tollen spieler drin das war auch nichts meiner meinung nach bin gespannt jetzt mal ein kürzeres video aber das ist eine sache da musste ich auf jeden fall noch mal was dazu sagen bevor die wirklichen news kommen wir dann wirklich wissen was da los ist also habe die kommentare was ihr davon haltet was ist eure lösung um das auktionshaus zurückzubringen und die cheater vielleicht so ein bisschen da rauszuhalten sondern vielleicht mt komplett abschaffen und nur noch für wie sie spielen ist auch eine lösung die viele leute genannt haben aber auch dann könnte vielleicht wie sie und irgendein drittanbieter kommen ich weiß es nicht lasst mich wissen wenn ihr neu seid liken abonnieren liken wenn ihr liken könnt ihr immer abonnieren wenn ihr neu seid und dann sehen wir uns beim nächsten video wieder ich bin erstmal raus bis bald bis bald